Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Nova mit mir den Hero Crafter a.k.a. Max So Leute ich habe euch versprochen wir suchen die anderen Tempel von den anderen Leuten und wie wir einfach Lucas sein Tempel gefunden haben und ich habe nachgeguckt Jawohl er hat noch nicht gelootet. Ich habe bei ihnen die Folge geguckt. Er hat ihn noch nicht gelootet. Deswegen werden wir ihn jetzt... Oh Gott. Looten gehen. Oh Gott, oh Gott. Alter sieht der krank. Aber warum sah mein noch so scheiße aus? Ich kann mich ja... Oh Gott. Jetzt aber tief runter. Saskia joint the game. Lol. Honigflasche. Vergiftungstrang. Wow. Knochen brauchen wir nicht. Was ist hier drin? Smaragd. Honigflaschen. Warte mal. Wir können doch diese Cockwebs mitnehmen. Da haben wir ähm... Was ist denn das hier? Ah! Magneten. Was ist denn das hier? Ah! Das ist alles ähm... Lol. Steht da irgendwas dran? Magneten? Magneten? Nee. Ich könnte mir das hier mitnehmen. Das Buch könnte ich mal wegdonnern. Wir könnten die Enderperle nehmen. Und da oben drauf schießen... Blab! Okay. Okay. Zombie Spawner. Hier ist nichts drin. Hier ist kein Spawner. Oh mein Gott. Nein. Enchantment Ballets. Von denen haben wir einfach genug, alter. Diese Cockwebs können wir uns nicht nehmen. Geht's hier noch weiter runter? Noch ein... Okay. Okay. Nein, jetzt sind wir wieder. Hier. Okay. Ey. Leute, ich hoffe, man hört das nicht so. Aber draußen fahren irgendwie übel lauter Autos. Was ist denn das für ein Loch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Loll. Nehmen wir mal ein Schwert in die Hand. Au. Da ist Rüstung. Ich will ganz ehrlich... Loll. Ja, die Rüstungen sind einfach zu schwach für uns. Guck mal, hier Kettenrüstung, Jäger, Diamant. Oh mein Gott. Ein Diamantschwert. Ein Dreizack. Worum das auch immer mehr Damage macht als ein Dierschwert. Enchantment Bottles. Das... Pfeile brauchen wir eigentlich nur einen, oder? Haben wir Infinity Tores? Ja. Aber wenn's doch jemand finden sollte. Loll. Noch mal Enchantment Bottles. Noch mal mehr Spinnnetze. Kann man dieses hier abbauen? Ne, das ist ein Command Blöck. Oh. Hier ist noch weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist der Wächter, oder was? Alter. Hier ist einfach ein riesen Portal rum. Loll. Eigentlich müsste ich... Hab ich Holz? Eigentlich müsste ich hier schreiben. Du Loser. Wir haben dein Dings... Scht. Lass das mal machen. Das wäre jetzt ultra lustig. Warte mal. Komm, 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 komm. So. Ähm. Schwupp. Nochmal. Ähm. Wo sind die Schilde? Wo sind die Schilde? Seh ich die nicht? Schild. Nochmal. Hä? Okay. Ah doch hier. Ich bin dumm. Ha 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 ha. Du... Loser. Ich... war... eher... da. Ausrufezeichen. LG. Max. Leute. Mein Bixby hat einfach reagiert. Haha. Du Loser. Ich war eher da. Liebe Grüße. Max. So. Noch ein Schild hin. A. Und... noch ein Schild hin. S. So. Arsch. Lol. Und was ist hier? Oh mein Gott. Hey, Leute. Das haben die mit dem Bauteam ja Richtigkeit hinbekommen. Wo bin ich jetzt? Hä lol. Das Bauteam ist halt schon krass drauf. Muss man schon sagen. Ist einfach so Leute. Da könnt ihr halt nix negatives sagen. So ist halt... Die können jetzt keine Ultragebäude machen so. Ist logisch. Aber das was die hinbekommen in den wenigen Minuten. Ist halt schon krass. Hier gehts da. Hier gehts. Dann gehts hier lang. Können wir eigentlich die Enchantmen. Wollen jetzt mal nebenbei. Nee. Weg doch. Und... Ja. Er hatte nur 2 Herzenschaden. Das ist nix. Lol. Hier liegen einfach überall Leute. Hier liegt einfach überall Enchantment Balls Leute. Lol. 20 Level. Das ist ein Dorf. Warum auch immer. Lass mich schnell was fooden. Das ist einfach ein Dorf Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist hier noch irgendwas zu holen oder so? Schlepp auf die schneller. Ich glaube nicht oder? Mhhh. Nee. Leider nicht. Leider gar nicht. Lol. Oh Gott. Stimmt. Ich hab dieses Frostdings hier. Kann eigentlich über Wasser laufen. Schwupp schwupp schwupp. Ohhhh. Wie geil sieht das denn aus. In so n Dorf war ich halt noch nie. Was ist hier drinnen? Alter. Wir könnten mal. Das Boot nehmen wir halt schon. Wir müssen ein Pferd finden Leute. Dann können wir mit dem Pferd angeritten kommen. Zum Kampf. Oh mein Gott Leute. So. Jetzt müssen wir irgendwie noch zum Spawn kommen. Boah. Ich weiß gar nicht mehr wie es zum Spawn ging. Ich glaube ich hab mich verlaufen. Ähm. 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 Weiß. Jemand. Die. Kurz. Von. Spawn. Ähm. Ich weiß. Da tu ich mich jetzt leider selber verraten. Aber besser als gar nicht mehr zurück zu finden. Würde ich meinen Leute oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß einfach die Pots zum Spawn nicht mehr. Ich kann schnell hinlaufen. Warte mal. Was ist denn hier? Hier sind kaputte Portal Ruine. Wie weit bin ich dort? Ich bin in irgendeinem Sumpf Bio. Wo bin ich? Oder kann ich vielleicht durch den Never zu unserem Dings kommen? Hätte ich doch ein Feuerzeug mit. Oh. Ich bin so ein Lauch, Alter. So ein Ficklauch. Ist hier irgendwo ne Kiste? Als ob hier... Ne. Labern nicht. Ist hier keine Kiste? Ist hier keine Kiste? Ist hier keine Kiste? 804. Ok. Da sind wir komplett in die falsche Richtung gelaufen. Hier müssen wir... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist eine Fliege in mein Zimmer, Alter. Das macht es gerade jetzt nicht einfacher. Ok. 804 und 10. Stirb. 804 und was? Und 10. Da sind wir natürlich in die Richtung. Stimmt. Ich bin durch den Sand. Deswegen habe ich mich jetzt schon gewundert, warum auf einmal da standet das. Na ja. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir es. Dun... Kacke. Dunkel. Aber muss ja trotzdem freundlich sein, Leute. Auf jeden Fall schaut doch bei den anderen vorbei. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Sodass die einfach mitmachen. 800 was? Ist hier gesagt 804 oder sowas? Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte gerade. Lol. Da ist ein Element gespawnt. 800 was? 894. Fick mein Leben, Alter. Wie leid muss ich denn laufen, Alter. Ich muss auch in die Minus gehen. Nein, nicht in die Plus. In die Minus. Schwupp. Oh Gott. Alter. Wie viel Essen man einfach verliert. Leute. Ich habe letztens noch einen Film geguckt. Boah. So. Auf Netflix. Ich weiß. Klingt kitschig. The Kissing Booth. Alter. Das ist ein kranker Film. Da gibt es auch einen zweiten Teil. Den habe ich auch schon reingezogen. Und 2021. Also das ist jetzt keine Promotion für Netflix oder so. Ich will einfach nur sagen, dass das eine übelst krasse Film war. Also beziehungsweise beide Filme. Also es ist lohnenswert anzugucken, Leute. The Kissing Booth. 1 und 2. Das ist jetzt schon mal Bombe. Und 2021. Also nächstes Jahr. Wird auf Netflix auch der dritte Teil rauskommen. Freue ich mich mega. LOL. Freue ich mich mega drüber, Leute. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Wer von euch Netflix jedenfalls hat. LOL. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Ist das ein Tempel? Aber kein normaler Uhr. Ist das Saskias Tempel? Alter. Oh mein Gott, Alter. Habe ich mich gerade erschrocken. Ey. Die. G. 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 Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, warte mal, Sasuke ist doch am Spawner, lass mal hinlaufen, oh Gott, Sasuke aber dann bist du wohl doch eher tot als gedacht, Leute, es tut mir echt leid, dass das mit dem Fall nicht so krass hingehauen hat, wo ist sie, hä, wo ist sie? Wir bräuchten eigentlich unsere Base nicht mehr, aber da ist unsere, glaube ich, unsere, ey, wir laufen noch mal schnell zu unserer Base und machen mal kurz einen Tag, bevor wir Sasuke suchen, die müssen ja, diese Dinger da, die regen mich so auf, diese komischen, äh, äh, Viecher in der Luft, hier, diese Phantome, dich brauche ich jetzt, Alter, laber nicht, als ob der erst überlebt? Das muss doch hier unsere Base sein, oder? Mein Akku von meiner Maus ist auch, oh Gott, mein Akku von meiner Maus ist auch bald leer, LOL, was ist denn hier los, Alter? Invasion der Zombies heute, oder was? Okay, erstmal mal zu unserer Base, vielleicht gibt es noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Oh Gott, ich dachte gerade, was ist denn das für ein, ey, eisy, Alter, du hast mich gerade so erschrocken, boah, brauchen wir eigentlich alles mit, weil wir das brauchen auf jeden Fall, Honigflaschen können wir eigentlich auch als Essen mitnehmen, ich weiß halt nicht, ob wir hier lebendig wieder rauskommen, so, deswegen nehme ich einfach gleich mal mein Zeug hier mit, so, und los geht's, ich will mal kurz schlafen, ich will mal Saskia suchen, ah so, das gefällt mir doch mehr, jetzt können wir Saskia suchen gehen, komm her, die Zombies dürfen uns jetzt eigentlich, ja, und wo sind die Zombies jetzt? Okay, brauchen wir eigentlich, wie gesagt, nicht, gehen wir jetzt nochmal am Spawn gucken, wo Saskia ist, aber die Zombies sind einfach weg, boah, jetzt, jetzt, die sind am Spawn, die sind am Spawn, die sind am Spawn, die holen wir uns, die holen wir uns, dann ist die raus aus dem Projekt, dann müssen wir uns nur auf Lukas kümmern, Alter, komm, 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 schneller, 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 oder die hat irgendwo, jetzt, das nur so als Trick gemacht, als ich zum Spawn kam, und hat irgendwo eine Kiste versteckt, oder sowas, Leute, wir können diese Äpfel einfach so essen, wir haben einfach genug davon, so, wo ist die, 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 die müsste doch hier irgendwo sein, wo ist die denn? So, warte mal, wir verwirren, nimm mal Saskia, ich sehe dich, ey, ey, wie viele Mops gibt's denn hier, Alter? So, schade, ich sehe dich, ey, 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 Was ist die denn? Das muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Ah, da! Das ist echt gut, wa? Die hat irgendwas, sonst würde die nicht so nahe kommen. Die würde sonst nicht so nahe kommen. Okay Leute, das spannende Kampf wird in der nächsten Folge weitergehen. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hauterin, Leute, wir müssen jetzt Stopp machen. Stopp! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!